so folge 4 jetzt nach armalarm die letzte von den normalen regulären ich weiß es nicht wahrscheinlich wahrscheinlich noch lange nicht da kommen noch ganz viele aufbruch stimme rumkir wir können einfach gleich mal die karambolage rennen machen ich hab da mal ein bisschen lust drauf tatsächlich ein bisschen crash team racing spielen statt crash bash so eigentlich könnte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen hier auf dingens gehen hier in der rekordzeit abschließen ich verstehe nicht was ich tun muss doch der es hat bessere steuerung schwierig ich ja 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 Aber hier weg mit den Viechern. Ich glaube, das ist nicht gut, weil ich jetzt... Ja, wenn ich schlecht bin, das würde ich erst recht. Wenn ich ein schlechter Videospieler bin. Videospiele. Da ist ja offensichtlich auch nicht an... Jawohl. So. Ich wollte sagen, dass er offensichtlich auch nicht mit dem Prügel am Anfang zu tun hat. Ich kann nicht ruhig prügel und trotzdem weiter versuchen. Und es hat auch funktioniert. Ich weiß nicht, dass er auf jeden Fall ist. Ich weiß nicht, dass er auf jeden Fall ist. Ich weiß nicht. Jetzt wechsel doch mal. Danke. jawohl jetzt habe ich bestimmt 19 jetzt bin ich jetzt schon so früh nicht so gut i guess ich bin ganz viel damage ganz schön dumm ja 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 Oh Was im Manny mitzv now Du lebst noch. Wow. Mann. Vielleicht solltest du am Anfang hauen. Ach, keine Ahnung. Versuch einfach ein bisschen random so. Und irgendwann wird schon, ne? Irgendwann haben wir es schon. Kriegst immer mal wieder was zu tun so. Ich verfehle, das ist doch alles nicht. Ich glaube, ja, ich bin in hohen Grundsumfass. Wenn du sagst, wenn du das meinst, dann wird das wohl nicht schlimm. Also ich finde die Klinge Aura halt ultra geil, so ist es ja nicht. Aber, also eigentlich sogar geil als Rhythmus-Ficker. Aber, brauche ich halt nicht. Level 48, wuhu. Oh. Das mal wieder, schön. Das Level ab nach vier Folgen. Ja, das dauert echt ewig mittlerweile. Ich glaube, immer lang geht es schneller, das ist ehrlich. Da habe ich nämlich auch ein Level ab zumindest gemacht. Und das war echt nicht so lang. Das meint jetzt Standard in Noten 2. Ich sterbe gerade, merke ich. Hui. Ich mache voll Spaß irgendwie. Die Kämpfe hier, die sind schön vordernd, aber auch nicht zufordern. Oh, noch nicht. Na, gleich kommt der Endboss, der wird mich vielleicht nicht kaputt machen. Ich freue mich schon drauf. Ja, laupte alle meine Falle. Gut so. Da kommt der Boss. Was war nochmal die Vorgabe hier? 15 verschiedene. Ne, 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 okay. Ich weiß nicht, ob ich alle schon mal hatte. Aber doch eigentlich, ne. Hat auch viele verschiedene Dinger hier. Okay. Kommt der Boss. Terra. Ne. Du schon wieder? Schon wieder der Lümmel. Was ein anderer Lümmel kann das sein? Ich fahre ja nochmal wie ein Berserk aus erstmal. Gut, ich bin immun. Ich kann ja auch einen Doppelsprung, alter. So kann ich den Scheiß ausweigen. Quatsch, gehe. Ich möchte mal kurz anmerken, dass er gleich schon tot ist. Nämlich jetzt. Nämlich jetzt. Geil. Nice. 375. Ich glaube, das ist nämlich auch die, ähm, die Dings, was empfohlen wurde, was man halt wiederholen soll, um gut, äh, Medaillen zu farmen. Dreimal. Weniger als dreimal. Dreimal. Ich glaube, ich habe über 1000 Stück. Für 1999 muss ich theoretisch nur 30 Mal das Ding durchspielen. Jetzt nur noch 20 Mal. Sehr gut aus zum Griden. Terra und Venn können die Schweiß nicht so ausweichen. Können. D-D-Deschweiß. Dem Schweiß. Ja, sind auch Männer. Die können Schweiß nicht so gut ausweichen. Arena Stufe 20 auf jeden Fall. Was war eigentlich Wicht, was ich einmal bekommen habe? Ist das ein... Das war so ein Zauber, ne? Oder? Wer so klein macht oder so? Ja, tatsächlich. Das hatte ich noch nicht einmal. Das ist ja witzig. Äh, mache ich das mal statt. Ayrooga benutze ich eh nie. Vielleicht kann man damit ja was für ein bisschen craften. Kann ich... Oder... Och, guck mal. Ich kann ja sogar was machen hier. Bei Eiskar will ich eigentlich gerade behalten noch. Mintrapez. Frost. Mache ich mal Mintrapez und Frost. Interessant. Das wird ja wahrscheinlich eh nichts bringen, ne? Also, weiß ich nicht. Die Chance, dass ich jetzt was kriege, was ich noch nicht habe, ist gering. Wo ist Frost? Ach, Frost geht gar nicht. Geht nur Eiskar. Ach, komm, dann weg mit dem Dreck, ey. Scheiß drauf. So. Zykluskristall. Pah! Sehr gut. Man kann nie genug Erfahrungsläufer haben. Äh, äh. Okay. Glaube ich hier mich. Ich glaube, ich lade nochmal den Spielstand. Ich werde ihn jetzt auch konsequent nicht, äh, auswählen, auf jeden Fall. Habe ich einfach nur eine Zielsuchmine rein. So. Können mich mal. Äh. So. Haben wir jetzt noch was hier? Ja. Aufseher der Arena. 15 Mal oder seltener. Oh Gott, das klingt so richtig brutal, auf jeden Fall. Oh oh. Schon richtig schwerer kam. Sollte ich mich eher dafür ausrüsten. Viel Glück. Oh scheiße. Also was mal. Wenn's nicht klappt, würde ich vielleicht sogar in der nächsten Folge dann einfach mal, äh, Karol, Karol, Karol Buzardo Rennen machen. Hach, ist nur ein Bosch-Bosch. Was? Also bisher noch nicht. Da kommt das ja gleich. Ich treffe gerade auf jeden Fall richtig gut. Ich merke schon. Ich hoffe dann auch bis zum nächsten Mal. Ich kann natürlich nichts versprechen, weil ich bin vergesslich. Achso. Und ich werde natürlich jetzt mal versuchen, glaube ich, hier Rhythmus Meister. Rhythmus Meister. Mal Zeit zu langsam hier wieder. Ja, das wird nix. Scheiß, Klingen, Aura. Ich sterbe gleich, merke ich gerade. Hui. Wäre so geil, wenn ich, wäre geil, wenn ich dabei noch laufen könnte, so ein bisschen. So ein bisschen verteilen könnte, mein, mein, meine Saft. Was? Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Was jetzt ein Remake auch wieder rausgeschnitten haben, unerhörlich, unerhört, unerhörlich. Genau. Ich habe nicht, ich habe nicht bis Max gemacht. Scheiße. Warum sagst du dir nix, Max? Ja, da war es. Musikus. Endlich. Ich bin der Glückwiese Mensch der Welt. Hörungsix nicht drücken. Ich baue dein Deck um. Ja, halt echt. Wie es dir gefällt. Ja, echt, ne? Muss auch nichts mehr spielen. Sehr angenehm, auf jeden Fall. Welche Runde bin ich jetzt? Drei? Ich habe mich aufgepasst. Aber ist ja auch egal. Ich kann jetzt spielen, wie ich will. Ganz schön viele Trophäen heute bekommen wir auf jeden Fall schon. Vier Stück, ne? Ja. So, schöne Meldestellen hier. Zack, 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 zack. Ach ja, hier, werd mal klein. Oh, ist ja süß. Ach ja, ich finde das Ganze ziemlich geil. Ich stehe drauf. Deine gerade schon verreckt. An den Minen? Ich weiß nicht. Einfach eingefroren. Ich treffe gar nichts. Sehr gut. Ich habe ein Bad Badge geklaut. Eins? Ach, keine Ahnung. Ich glaube auch, wie ich das jetzt gemacht habe. Wie viele Runden sind das? Also, wie viel insgesamt? Steht das hier? Ne. Ich habe 15 mal geil, habe ich mich noch nicht. Neun. Okay, ist auch also 15 Jahre. Ich merke schon. Und eine Reihe. Oh Gott, tatsächlich, ey. Leckt mich am Sack. Umso ärgerlicher, wenn man dann verkackt, ne? Wenn man dann quasi auf diesem Spielzeit durchgenutzt. Bleibt mir bewusst gerade in dem Modus, damit ich kein Damage kriege. Letzte Kampfarena für diesen Stream. Okay. Damit kann ich leben. Ich freue dich tot, Junge. Scheiß auf die Bonus-Herausforderung. Hm. Hm. so stirbt bei guess genau wie du, oh alter, das hat mir getan, ich bleib mal klein oh, Ars Magica ich mag Ars Magica dafür wie es aussieht so, oh, aber nicht, wenn man nicht trifft Mann, ich geh mir auch nen Sack okay, danke jetzt die Mine okay hmm, Rhythmusmeister, nett aber man kriegt hier so schnell Damage, ne schon übel auf jeden Fall weg, oh Gott werd mal klein hey, 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 hey jetzt komm ja, wie du weißt, ey, was ist denn los? jetzt krieg ich die ganze Zeit, ne? naja, klar was willst du machen, ne? hmm, schon ein bisschen was aber der war scheiße, ne? hmm, Angriff nehmen wir nicht ausweichen kann, ich liebe das, das ist so gut kann die mich ausweichen, der war noch zu schnell an der stelle ich habe ich nicht, hier hört es auf was ist das, man? komplett krank, einfach nur ist ja schön, wie lange ich irgendwie gerade nur lebe, aber bringt nichts ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit immer nur lebe Alter, wie weiß man dem aus, what the fuck, ey ja, die ganze Zwischen, ja, klar hin und her, schalten kann ich auf jeden Fall jetzt macht er gerade nichts nett doppelt sprung hmm das ist das letzte point treff ihn gar nicht, ne? direkt nochmal fuk edelchung zu wahrnehmen das war ein Kampf hoody moody ok ich habe ihn irgendwie geschafft, aber ich habe ein bisschen Angst jetzt ich bin aber ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, merkt man vielleicht ein bisschen kaputt bin ich gerade einfach uiuiui hallo bin ausgewiegen ups freu dich gar nicht hier plebgegner können ja gar nichts eine große Fresse noch bereuen das mag ich jetzt auf jeden Fall der schickste angriff so ich habe gedacht, die Uhr, ok ich habe ganz viel Zeit rum sechs hey direkt am anfang habe ich jetzt rücklicht verkehrt alles nicht also alles so merkwürdig hier ich bin gespannt auf den letzten bots gleich in der arena, nachdem eben der scheiß kam, mich ein bisschen besorgt was als nächstes kommt hey schon wieder das ist alles bemerkwürdig hier moment, prioritäten hier ist das anstrengend ne ja, schieb mich noch weiter weg damit schütze ich mich eigentlich auch immer so ein bisschen vor den explosionen oh oh mit erfolg das folge fünf gerade? äh, ich weiß es nicht ne, ich glaube folge vier immer noch ich hoffe die erfahrungspunkte so bleiben bestehen, falls ich hier verrecke das andere rücken muss ich ein bisschen traurig machen ups warte mal, ich habe noch rücken mit dem Meisterfilm rum auf ja, wie war es? bin mir sicher ich bin mir sicher ich kann mich den ganzen Tag so machen, ne, ist okay ich gehe ihm so näher, wir werden ja einfach so cockblocken, ne das ist schon übel das ist so anstrengend heilig mein gott ja arsch was haben wir gerade mitgekriegt ja 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 Ja, ging ein Gegner. Immer gut. Woops. Ein bisschen OP. Ich glaube, Sport mache ich lieber übermorgen. Ja. Ich nehme zu. Oh, ich habe gerade. Die anstrengendsten Gegner. Oh, ich treffe. Doch, ich treffe. Aber nicht viel. Ich denke mal, hier kommt dann der Boss, wenn ich die jetzt alle fertig habe. Ja, dieser, der hat einen Sprenger bringt mir den Gegner irgendwie gar nichts, weil die ganze Zeit die Scheiße nur blocken. So, weg mit dir. Oh, warte mal. Ach ne, neun Runden waren das ja. Ha. Ich lüg nach. Nicht acht. Ja, kacke. Das ist ja kacke. Ist halt okay, ne? Ja, aber. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass hier einfach so ein End-Boss kommt, der mich fickt und dann einfach so. Ja, toll. Alles für eine Art, was ich hier gemacht habe. Ein bisschen belastend auf jeden Fall. Aber hier. Ja. Ja. Ich bin viel Ares Magica. Wir haben immer keine Eisenwerte. Oh Gott. Ja. 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 Warum triffst du dich? Hey Wichser, schönes AP. Wie ein Boss Rush. Oh oh, jetzt gehts los, na gucken wie schnell er mich one-hitted, bin gespannt, also der gleiche Wichser nochmal, quasi, richtet richtig, ok, ich werde sowas von verrecken, holy moly, vor allem, wenn ich so langsam bin, Moment, ich brauche ein bisschen Sicherheit, ok, was passiert, Hilfe, warte mal, ich muss mich hier schon mal auf Viagra auslegen, Alter, ich sehe nichts, ich sehe nicht, wann der Kreis sich schließt, zu viel Effekte gleitet auf dem Bildschirm. Ähm, was ist das denn? Oh. Ah. Okay. Heil dich, Schlampe. Schon mal direkt wieder auf Viagra gehen, bevor ich später dumm bin. Nein. Mano. Mann, wieso? Du Bastard, Mann. Mann, wieso ist der gerade da? Ich bin gerade so, ey. Okay, ich habe ihn. Boah, Alter, ich habe es echt geschafft. Hu, 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 hu. Aber irgendwie angeht man sich nochmal zwei, ja, weil der halt nicht diesen durchgehenden Combo-Jochen-Kack-Scheiß hat. Wird nämlich immer durchgehend fickt, ey. Oh. Ich habe mal 400. Bei meiner gab es 3,75. Ein bisschen angenehmer. Lichtblume erhalten. Aha. Aufseher der Arena. Hm. Und Mirage-König. Zwei auf einmal. Alter, so viele Trophäen gerade ist ja, ey. Wird ein bisschen geil. Einfach mal das Interesse. Haben wir noch was Neues hier? Ne, haben wir auch gar nicht, tatsächlich. Ich weiß, wir können jetzt sowieso nichts anderes machen gerade. Ja. Geil. Okay, bin ich ein bisschen stolz auf, tatsächlich. Sind wir eigentlich schon... Ah ja, komm mal. Level ab. Ach ne, das hatten wir vorhin, ne? Fehlen wohl noch Punkte. Ja. Auf die Piste, ja. Aber erstmal abspeichern und erstmal Folgebenden. Schau mal ins Menü. Mhm. Ja. Mach ich sofort, mach ich sofort. Erstmal abspeichern. Und dann... Liebe machen. Folgebenden. Ach. Beim nächsten Mal gibt's dann kaum Rollagerennen. Yeah. Ich hab Bock drauf. viscositypöblich ist nicht schief. Ich hab Angst, danke es gut drauf. Warum